Durch die explodierenden Energie- und Lebensmittelpreise können sich laut einer aktuellen Sparkassenstudie 60% der Bundesbürger das Leben nicht mehr leisten. Und die drei Entlastungspakete der Bundesregierung sind gegenüber diesen gestiegenen Energiekosten schlichtweg ein Witz. Ich habe mal genau nachgerechnet und zeige dir, wie dramatisch die Folgen für unsere Gesellschaft sind und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Los geht's mit diesem Video. Der Sparkassenverband hat die Bilanzen von 300.000 seiner eigenen Kunden geprüft und schlägt jetzt massiv die Alarmglocken. Sie schreiben, nach unseren Berechnungen bleiben Haushalten mit einem Nettoeinkommen von weniger als 3.600 Euro derzeit am Monatsende kein Geld mehr übrig. Und da sich die Situation in den letzten Wochen noch starke Preiserhöhungen ergeben haben, befürchten wir, dass sich die Situation noch verschärfen könnte. Ich meine, wie krass ist das denn, ja? Laut OECD ist Deutschland auf Platz 4 weltweit beim Nettoeinkommen und trotzdem können sich 60% ihr Leben nicht mehr leisten. Also ich meine, da läuft ja irgendwas mächtig schief. Ich habe mal genau nachgerechnet beim Einkommen der Deutschen. Auf der Seite des IW Kölns, ja, da gibt es einen Rechner, wo du dein Einkommen vergleichen kannst. Und du kannst hier sehen, wenn du 3.600 Euro Netto eingibst, dann siehst du, dass sogar 70% der Deutschen weniger haben. Also es ist sogar noch dramatischer als das, was die Sparkassen sagen. Und das hat insgesamt natürlich 5 massive Folgen. Erstens, viele Bürger können sich das Leben nicht mehr leisten und ihre Rechnungen nicht mehr komplett zahlen. Vor allen Dingen, wenn du hohe Fixkosten hast, wo du auch nichts dran ändern kannst, dann kannst du sehr, sehr schnell Pleite geben. Zweitens, viele Bürger müssen jetzt zusätzlich auf staatliche Transfers zurückgreifen. Also auch die Personen, die vorher zwischen 2.500 bis 3.600 verdient haben, auch diese Haushalte, die mussten ja vorher nicht auf staatliche Transfers zurückgreifen. Aber jetzt müssen sie das Ganze und das belastet natürlich noch zusätzlich den Staatshaushalt. Drittens, der Konsum wird natürlich jetzt massiv zurückgefahren. Also der Konsum von Autos, von Möbel, von Urlaub, von Restaurantbesuchen, das wird jetzt erstmal alles irgendwie zurückgestellt, um wichtige Sachen wie Heizen, Strom und Lebensmittel bezahlen zu können. Und das natürlich massive Auswirkungen auf den Mittelstand, ja, besonders Gastgewerbe, Tourismus, Einzelhandel und andere Dienstleister, die müssen sich jetzt darauf einstellen, dass die Kunden viel weniger ausgeben. Dadurch gehen natürlich wieder Firmen Pleite, dadurch gibt es wieder mehr Arbeitslose und quasi einen Teufelskreislauf. Die vierte dramatische Folge ist, dass die Bürger nicht mehr sparen können und da natürlich auch nicht mehr fürs Alter vorsorgen können. Und eine private Vorsorge ist aber extrem wichtig, weil durch die Aufhebung des Nachhaltigkeitsfaktors, ja, die gesetzliche Rente jetzt komplett gegen die Wand gefahren wird. Und wenn du dann davon abhängig bist, dann Prost Mahlzeit. Und das fünfte, es gibt natürlich auch massive gesundheitliche Probleme, die sich daraus ergeben. Vor kurzem gab es eine Umfrage von NewGov und da haben 56 Prozent der Befragten gesagt, dass sie gesundheitliche Probleme durch steigende Lebenshaltungskosten haben. Also Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Angstzustände, ja, viele psychische Probleme, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ja, also du siehst, es gibt massive Probleme in Deutschland, nicht nur bei den Firmen, sondern auch bei den Privatpersonen. Und da muss man natürlich fragen, okay, wie reagiert denn unsere Bundesregierung jetzt da drauf? Was macht sie da raus? Und die Bundesregierung hat mittlerweile dieses Jahr schon drei Entlastungspakete rausgebracht, um zumindest den Bürgern ein bisschen zu helfen. Das Entlastungspaket Nummer eins, das kam ja im Februar raus, da wurde der Pauschalbeitrag erhöht, der Grundfreibetrag wurde erhöht, die Pendlerpauschale ist gestiegen. Das waren also eher so steuerliche Themen. Dann hat man im Mai das zweite Entlastungspaket rausgebracht, ja, da gab es den Tankrabatt, der für drei Monate rauskam, aber der kam irgendwie kaum beim Bürger an, weil es gleichzeitig ja auch Preiserhöhungen bei den Mineralölkonzernen gab. Außerdem hat man das 9-Euro-Ticket eingeführt, das wurde gut angenommen, läuft jetzt aber auch wieder aus. Dann gab es 100 Euro Kinderbonus, 2 Euro Haarzuschuss und noch eine 3 Euro Bruttoenergiepauschale, die aber nicht zweckgebunden ist. Und die gab es auch nicht für Rentner und Studenten und deswegen gab es auch massiven Unmut. Kurze Zeit später kam dann das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung aus, weil die Preise sind ja unaufhörig weiter gestiegen. Und die Bundesregierung hat gemerkt, wir müssen da was machen. Das dritte Paket hat jetzt ein Volumen von 65 Milliarden. Dort hat man hauptsächlich mal dieses 300 Euro Energie, Geld noch für Rentner und für Studenten nachgeholt. Außerdem einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger gemacht, 415 Euro ab einer Person, bei mehr Personen natürlich steigend. Und man geht davon aus, dass man sogar dreimal so viele Wohngeldempfänger in Zukunft haben wird, weil selbst Leute, die jetzt Geld verdienen, sich ihre Wohnung und ihr Heiz nicht mehr leisten können. Außerdem hat man das Bürgergeld, das will man jetzt demnächst einführen, anstatt von Hartz IV. Dann gibt es halt 500 Euro statt 449 Euro. Und man hat auch Kindergeld ein bisschen erhöht mit 18 Euro mehr fürs erste und für das zweite Kind. Fürs dritte und vierte Kind gibt es kein mehr Geld, auch sehr interessant. Und ein großer Punkt ist natürlich die Strompreisbremse, die man einführen will. Das heißt, der Basisverbrauch, den man hat, also drei Viertel des Stromverbrauchs, das will man deckeln auf 30 Cent die Kilowattstunde. Und alles, was darüber hinausgeht, soll dann ganz normal weiter bezahlen werden. Der aktuelle Strompreis liegt ja bei ungefähr 40 Cent die Kilowattstunde. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig umzusetzen, fordert dann viel Bürokratie. Man ist auch noch von der EU abhängig. Und das Ganze dauert natürlich auch noch mal eine ganze Weile, bis das Ganze umgesetzt ist. Ja, und das Ganze soll dann finanziert werden über die Übergewinnsteuer oder die Zufallsgewinnsteuer. Also die Leute, die vor kurzem in günstigen Strom investiert haben, zum Beispiel Solar und sich Anlagen aufs Dach gebaut haben und damit quasi ein bisschen Geld verdient haben, die werden jetzt abgeschifft. So, also diese drei Entlassungspakete haben wir erstmal in den Raum geworfen. Und da fragt sich natürlich, reicht das denn überhaupt aus, um jetzt diese explodierenden Preise irgendwie abzufangen und die Bürger zu entlasten. Und deswegen habe ich mir mal Statistiken und Zahlen angeschaut. Ja, das Bundesamt stellt ja sehr, sehr viele Statistiken zur Verfügung. Und auf der Seite von DE-Status, da konntest du sehen, 2019, da waren die Konsumausgaben pro Monat, ja für einen Haushalt, Haushalt sind nochmal zwei Personen, bei 2.574 Euro pro Monat. 2020 ging das ein bisschen zurück auf 2.507, klar. Da hatten wir natürlich Corona mit vielen Lockdowns, da sind die ganzen Ausgaben für Hotels und Gaststätten zurückgegangen. Also das zählt nicht, deswegen nehmen wir mal als Basisjahr 2019. Ja, und dann musst du dir die Inflation angucken, wie die Preise seitdem gestiegen sind, wie sich die Inflation ausgewirkt hat. Jetzt kannst du ja mal Preiskaleidoskop eingeben, da siehst du die aktuelle Inflation nach verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Farben, wie stark das ist. Aber da wird dir teilweise echt übel, wenn du das siehst. Und hinter diesem Preiskaleidoskop liegt natürlich die ganze Datenbank des Bundes. Also wenn du tiefer reingehen willst, musst du dir die Genesis-Datenbank anschauen, was ich auch gemacht habe, um mir auch mal ältere Preise anzuschauen. Gut, ich habe mir also die Preise angeschaut von 2019, wie sie gestiegen sind jetzt bis auf 2022. Und da komme ich jetzt, wenn ich das Ganze hochrechne mit den Preissteigerungen und den Konsumausgaben von damals, komme ich jetzt auf Konsumausgaben 2022 in Höhe von 2.903 Euro pro Haushalt. Ja, und das ist eine Differenz zu 2019, also bevor der ganze Kram losging mit Corona, mit Krieg und so weiter. Eine Differenz von 330 Euro monatlich, was insgesamt 4.000 Euro jährlich sind. 4.000 Euro Mehrausgaben pro Jahr für einen normalen Hausgeld. Und jetzt haben wir quasi, was dem entgegensteht aus dem Entlassungspaket, 300 Euro Energiegeld, was so genau versteuert werden muss, 100 Euro Kinderbonus, Tankrabatt, 9 Euro Ticket und so weiter. Und da muss ich sagen, ja, das deckt vielleicht 10 bis maximal 20 Prozent der gestiegenen Kosten. Also das reicht bei weitem nicht aus, um das abzufangen, was wir jetzt an massiv gestiegenen Kosten haben. Und es ist ja noch kein Ende in Sicht. Ja, die ganzen Wirtschaftsinstitute, die rechnen ja mit dem Höhepunkt der ganzen Preistreibung, der ganzen Inflation erst im nächsten Jahr 2023. 2023, also jetzt im Herbst, im Winter nächstes Jahr, soll die Inflation noch auf 10, 11 Prozent höher gehen. Es wird also noch viel, viel mehr, weil dann ja erstmal die ganzen Energie- und Heizkosten richtig durchschlagen, wo man jetzt ja teilweise noch alte Verträge hat. Und ich meine, wenn du mal Social Media, wenn du die Nachrichten aufmachst, da siehst du ja ständig irgendwelche Horrormeldungen. Du siehst, dass sich die Abschläge für Nebenkosten, Heizkosten, die gehen jetzt ja schon massiv nach oben. Ja, zum Beispiel der Artikel von der Bild, wo die Saga, das Wohnbauunternehmen, die Preise erhöht hat, obwohl sie schon die Abschläge im Januar erhöht hat. Das sind locker 100 bis 200 Euro pro Monat nur für Wohnen, nur für Heizen. Ja, und da kommen ja dann noch Lebensmittel, Strom, Tanken und so weiter mit hoch, was das Ganze noch weiter hochtreiben lässt. Und dann gibt es jetzt ja auch viele Energieunternehmen, die jetzt reihenweise die Stromverträge kündigen. Und dann müssen die Leute natürlich zu teureren Ersatzstromdienstleistern wechseln, was ebenfalls die Preise erhöht. Und viele kleine Anbieter, die sich ja früher immer mit billigen Preisen ausgezeichnet haben, die sind ja schon längst pleite gegangen, weil das ganze Businessmodell nicht mehr funktioniert. Also da kommt noch ein massiver Kostenschub auf uns zu und das natürlich auch bei Weitem noch nicht in den Entlastungspaketen abgedeckt. Du siehst also bereits jetzt hat es massive Verwerfungen und das wird im Winter und 2023 ja noch viel, viel schlimmer. Und bereits jetzt trifft es 70 Prozent aller Deutschen und Tendenz noch steigend. Ja, und die Entlastungen der Regierung, die reichen teilweise nicht aus oder kommen ja erst viel, viel später, weil die Regelungen sehr komplex sind. Und deswegen muss man überlegen, welche andere Lösungen, welche andere Lösungsmöglichkeiten hat man. Und bei den Lösungen, da muss man generell unterscheiden zwischen zwei Arten, wie man das Problem löst. Entweder man behebt die Ursachen oder man behebt und mindert nur die Symptome. Ja, und wenn man die Ursachen beheben will, dann muss man die Ursachen erstmal kennen. Und da gibt es natürlich grundsätzlich drei große Gründe. Der erste Grund für die massive Inflation, die Preisteilung, sind natürlich die ganzen Geldschwemme der EZB und damit die ganze Geldentwertung. Und da wird natürlich die Lösung sofort aufhören mit dem ganzen Gelddrucken, sofort die Zinsen anheben. Und dadurch wird zum Beispiel der Euro wieder aufgewertet gegenüber dem Dollar. Damit werden natürlich Importe, die in Dollar gehandelt werden, wieder viel günstiger, was sich zum Beispiel direkt aufs Öl auswirken würde. Und wenn das Öl dann wieder günstiger wird, dann wird natürlich auch das Tanken wieder günstiger. Also das wäre so der erste Punkt. Und da ist die EZB jetzt ja auch schon kräftig dran. Sie hat ja vor kurzem schon den Leitzinn zum 0,75 angehoben. Die zweite große Ursache, das ist der ganze Corona-Kram mit den ganzen Lieferketten, die zu Bruch gegangen sind, mit den ganzen Lockdowns. Und das hat sich jetzt teilweise schon wieder stabilisiert. Aber es gibt ja immer noch große Probleme in China, die ihre Zero-Covid-Policy fahren und die jetzt auch eine große Rezession haben. Und ich meine, bei uns hört der Kram ja auch nicht aus. Jetzt vor kurzem, letzte Woche, wurde ja wieder das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten, wo es auch wieder irgendwelche Maßnahmen gibt. Und da muss ich sagen, sofort weg mit diesem ganzen Müll, behandeln wir die Corona endlich wie eine Grippe und nicht mit irgendwelchen Maßnahmen, wo die Leute wieder eingeschränkt werden und das wieder zu Verwerfungen in der Gesellschaft führen. Und die dritte Ursache, das ist natürlich jetzt auch der Krieg und die Sanktionen gegen Russland. Ja, und das könnte man natürlich beheben, indem man die Sanktionen teilweise lockert und zum Beispiel Nord Stream 2 öffnet. Dann bekommen wir endlich wieder ausreichend Gas, haben also keinen Gasmangel. Die Preise werden dadurch auch wieder sinken und das würde natürlich massiv helfen. Wenn man aber diese Ursachen, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn man die nicht bekämpfen kann oder nicht bekämpfen will, dann muss man natürlich bei den Symptomen ansetzen, so wie es jetzt die Bundesregierung macht. Und das Interessante ist, wenn man sich auch die Vorschläge anschaut, zum Beispiel der Sparkassenverband, der diesen Studie gemacht hat und der, wo jetzt die Alarmglocken läuten, der hat ja auch Vorschläge gemacht und die haben zum Beispiel gesagt, eine Maßnahme wäre die Deckelung der Energiepreise. Ja, dass man die einfach festsetzt, dass sie nicht weiter steigen können. Und das ist mir eine folgende Anekdote eingefallen. Also, sie sagen, wir fordern einen Deckel der Energiepreise, um die Bürger zu entlasten. Gleichzeitig wurde ja zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass man zum Beispiel die Zinsen für Überziehung des Dispo-Kredites, weil man nicht mehr genug Geld hat, dass man die auch irgendwo deckeln soll. Und da sagt aber die Sparkassen, nein, das würden wir nicht machen. Ja, das würde ich nur als Symbolpolitik einordnen. Ein Soll, ein Dispo-Soll sollte ohnehin nur im Ausnahmefall genutzt werden. Ich bin kein Freund von staatlich gelenkter Preise, weil sie auch zu Fehlsteuerungen führen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, ich bin kein Freund von staatlich gelenkten Preisen, aber gleichzeitig fordert er einen Energiedeckel. Also, Energiedeckeln ist gut, aber Dispo-Zinsendeckeln, das ist nicht gut. Was ist denn das für eine Logik? Aber gut, also das Thema Gas- und Energiepreisedeckel, das sieht man ja zum Beispiel Großbritannien und Frankreich, die machen das jetzt schon. Die Premierministerin, die neu gewählte in Großbritannien, die hat ja jetzt die Preise ab Oktober für Gas für zwei Jahre lang eingefroren. Verbraucherzahlen umgerechnet maximal nur noch 2.800 Euro pro Jahr. In Großbritannien haben wir noch ein viel größeres Gasproblem als wir in Deutschland, deswegen war das dann noch viel dringender. Und bei uns will das die Bundesregierung ja teilweise auch machen, ja, mit der Strompreisbremse, die sie jetzt einführen, dass sie zumindest die Strompreise deckeln. Bei den Gaspreisen, die können sie nicht ungefähr deckeln, weil das viel schwieriger ist, weil wir dann weniger Gas bekommen würden. Weil das ist ja ein Thema von Angebot und Nachfrage. Und wenn wir natürlich sagen, wir deckeln das Gas, wir bezahlen nicht mehr, ja, dann gehen die Gasanbieter lieber woanders hin und verkaufen das woanders, wo sie mehr Geld bekommen würden. Ja, also so ein Gaspreisdeckel, der würde nur funktionieren, wenn man so einen Deckel einführt und der Staat alles bezahlt, was darüber hinaus geht. Aber auch das würde ja nicht verhindern, dass die Preise steigen würden. Der Staat müsste einfach nur jeden Monat dann mehr bezahlen. Aber das ist halt ein Thema, Energiepreise deckeln, was eine Lösung wäre. Wie das genau aussieht technisch, da muss jetzt die Bundesregierung sich Gedanken zu machen. Ein nächstes Thema wäre zum Beispiel Kredite, dass man Kredite, die jetzt laufen, dass man dort zum Beispiel die Zinsen stunden kann und die Tilgung aussetzt, sodass die Bürger dort erstmal eine Belastung weniger haben und das Geld für andere Bereiche nehmen können. Zum Beispiel für die gestiegenen Lebensmittelkosten, für die gestiegenen Heizkosten. Und ich meine, 32 Prozent der Menschen in Deutschland benutzen mindestens eine Finanzierung, am meisten für Autos, also Autoleasing oder für Immobilien. Also da wäre eine ganze Menge Potenzial vorhanden. Außerdem wäre noch eine Lösung, weitere Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen, wie auch immer das aussehen soll. Wobei ich glaube, alle versuchen ja schon massiv irgendwie energieeffizient einzunutzen, sowohl im Privaten als natürlich auch bei den Industrien. Und die ganzen Tipps, die jetzt die Politiker teilweise sogar geben, die sind natürlich schwachsinn. Ich meine, wenn ich da sehe, dass die Politiker sagen, jetzt dreht bitte die Temperatur runter oder beheizt bitte nur einen Raum. Bitte macht das nicht, weil wenn ihr nämlich die Temperatur zu weit runter dreht oder einzelne Räume gar nicht mehr beheizt, dann bekommt ihr ein massives Problem mit Schimmel und auch mit Legionellen, was dann zu viele Folgen stehen führen wird. Und die musst nämlich du dann als Mieter bezahlen, weil in den Mietverträgen steht drin, wenn du deine Wohnung nicht ausreichend heizt und das dann Schimmel und Legionellen gibt und so weiter, dann kommst du für die ganzen Schäden aus. Also überleg dir bitte dreimal, ob du das machst, was einige Politiker da völlig sinnfrei in den Raum stellen. Ja, eine weitere Option, eine weitere Lösung für mich wäre noch, was ich ganz ins Hand finde, dass man quasi monatlich und digitale Heiz- und Energiekosten einführt. Dass man also wirklich digital jeden Monat schauen kann, was verbrauche ich an Heizung und an Energie. Weil dann ist nämlich mein Verbrauch besser steuerbar, besser messbar. Ich kann genau sehen, wenn ich einen Monat auf irgendetwas verzichte, wie viel kostet mich das Ganze und wie viel Ersparnis habe ich. Genau das funktioniert nämlich bei uns hier in Costa Rica. Das heißt, wir bekommen jeden Monat direkt die Abrechnung, wie viel Wasser hast du verbraucht, wie viel Energie hast du verbraucht und dann bezahlst du das. Und wenn du mal weniger verbrauchst, dann merkst du das sofort in deinem Geilbeutel und nicht erst irgendwie zwei Jahre später, wenn du mal irgendeine Abrechnung bekommst. Also da können wir uns Costa Rica wirklich als Vorbild nehmen. Wir sind übrigens, weil ich das öfter schon gefragt wurde, im letzten Jahr 2021 nach Costa Rica ausgewandert. Wobei ich eigentlich sagen muss, wir sind eher geflüchtet aus Deutschland. Und wenn du jetzt wissen willst, warum wir letztes Jahr aus Deutschland geflüchtet sind, dann schau dir dafür mal folgendes Video an. Weil da beschreibe ich unsere Gründe und zeige dir ein bisschen, wie es uns mittlerweile geht.